Menschen haben ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dazu gehört auch, sich Hilfe bei jemandem zu suchen und diese auch in Anspruch zu nehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat die sogenannte geschäftsmäßige Sterbehilfe heute erlaubt. Denn bisher war es Ärzten verboten, Sterbehilfe zu leisten. Erlaubt war es nur Angehörigen. Geschäftsmäßig heißt in diesem Fall nicht gewerblich, sondern dass man es öfter macht. Ein Angehöriger würde Sterbehilfe nur einmal leisten. Ärzte und Sterbehilfeorganisationen öfter und das ist seit heute wieder erlaubt. Ich habe jetzt nichts gegen dieses Urteil, muss ich ganz offen sagen, dass jetzt einfach mal Klarheit da ist, weil wenn das wirklich mal notwendig sein sollte, dass es dann nicht gleich die Gefahr ist, dass man dann bestraft wird, wenn man Patienten eigentlich helfen möchte. Der Palliativmediziner gibt aber trotzdem zu bedenken. Dass das einfach dazu führen kann, dass alte Menschen dann einfach von Angehörigen oder sich selber veranlasst fühlen, dass sie einem anderen nicht zur Last fallen mögen und dann vielleicht die Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchten. Tod durch Spritze ist immer noch verboten, aber der Patient kann von einem Arzt ein tödliches Medikament bekommen. Das muss er aber selbst einnehmen. Das Urteil verpflichtet Ärzte aber nicht zu diesem Weg. Mit vielen Gesprächen konnte man den Patienten eine andere Lebensperspektive aufzeigen. Somit werde ich auch weiterhin versuchen, das im Gespräch mit dem Patienten zu regeln. Die Alternative für mich als Palliativmediziner, wenn er nicht mehr gehen kann, ist die sogenannte palliative Settierung. Das ist eine Maßnahme, dass man dem Patienten durch Medikamente mehr oder weniger das Leid wegnimmt. Dadurch schläft der Patient bis zu seinem Tod. Durch die neue Regelung wird der Tod sofort herbeigeführt.